ach ja der urlaub ist vorbei höchste zeit mal wieder über den urlaub nachzudenken und zwar mit einem lego set freunde ja heute schauen wir uns mal das lego architecture set las vegas an da war ich dieses jahr auch war sehr ich sag mal interessant bunt laut grell und kann man mal gesehen haben und jetzt brauchen wir mal das entsprechende lego set dazu wo auch so ein paar ich sag mal wahrzeichen mit dabei sind wir schauen mal kurz hinten drauf was hier abgebildet wird natürlich dass las vegas sein da war ich nicht das belagio hotel mit den tollen fontänen und in wasser spielen habe ich gesehen ich werde später alles ein bisschen einblenden dann das luxor das war sehr cool mit der pyramide das encore et win das war auch ganz nett vor allem im sonnenuntergang dann hier der stratosphere las vegas der große tower und ganz cool noch hier die freeman street experience da war ich auch da habe ich sehr interessante menschen gesehen aber bevor wir hier mit den bildern das mal vergleichen würde ich sagen packen wir das ding mal aus und architecture typisch ist das immer eine sehr schöne packung da muss man nichts aufreißen sondern klappt die ganze geschichte einfach nur auf dort haben wir dann die einzelnen tütchen drin ich packe den mal eben schnell aus und da noch die kleine recht dicke anleitung für so ein paar teilchen und die box die ist leer und kann weg schauen wir mal einen kurzen blick in die anleitung rein set nummer 21047 las vegas usa und ja dann haben wir hier noch mal ein schönes foto hier von las vegas im dunkeln das las vegas sein also bekommen wir hier noch mal alle bauwerke gezeigt die jetzt hier dann auch in dem set gebaut werden das hier das ist so cool die pyramide mit dem licht total star geht mäßig auch immer nach vor steht dann hast du ein korreter wind und der stratosphere las vegas tower und auch die freeman street gott sei dank war das nicht so voll als wir da waren aber war dennoch genug los so und dann wird hier losgebaut ihr seht der hintergrund der ist überall schwarz und du ja werden paar teilchen verbaut pro seite so wie man es kennt und dann schauen wir mal wie viele seiten haben wir dann hier ganz insgesamt wir landen hinten auf seite nummer 106 aber gebaut wird nur bis seite gott da ist noch eine ganze menge kram ja bis seite 99 und dann ist das ganze schon fertig und zwar alles ohne aufkleber das heißt auch das schild hier das las vegas schild was da dabei ist das sind alles bedruckte teile und dann würde ich sagen ihr seht so viel ist es ja nicht ein haufen kleinkram ich baue das mal flott zusammen die erste kurze unterbrechung ich bin hierbei bau step nummer 30 auf seite 41 schon und ihr seht hier ich habe hier noch eine ganze menge kleinteile liegen ist natürlich alles er sagt man für den feinmotoriker diese architecture serie hier sind noch ein paar größere teile auch ganz cool hier von der sphinx der kopf schmuck der ist ja noch dabei und natürlich auch entsprechend noch hier so eine mini figuren kopf aber ohne aufdruck aber dazu kommen wir später ich wollte euch mal zeigen ja wie weit ich hier gekommen bin also das hier ist die grundplatte einmal von unten da sieht man was dafür teile verbaut wurden meine relativ größere platte und dann hier so kleinere platten eben alles zusammen gesteckt und wir fangen dann hier schon an jetzt mit der eigentlichen gestaltung und bevor das jetzt hier richtig ein bisschen in die höhe geht dachte ich mache mir mal einen kurzen break und ihr könnt mal drüber schauen wie das hier so aussieht also wir haben hier schon ganz deutlich das wasser vom bellagio hotel gebaut mit den transparent steinchen und diesen natürlich 1a transparent gar kein problem nichts verkratzt großartig sieht sehr sehr schön aus dann hier diese grünen elemente die dann irgendwie keine ahnung bücher oder sowas darstellen und hier bauen wir jetzt die freeman street experience auf also das wird hier dieser bereich und ganz ganz vorne haben wir dann auch schon ein bedrucktes schild eine bedruckte fliese das las vegas schild und ja leider hier oben kann man sehen da ist ein kratzerchen drin den kriege ich nicht mehr raus der ist in der fliese drin ist jetzt kein riesenproblem aber schade schade ist es dennoch so also soweit bin ich gekommen und dann geht es weiter jetzt gehen die gebäude hier ein bisschen in die höhe wir machen noch einen zwischenstopp auf seite 78 bevor es hier ja schon alles fertig ist hier sind noch mal die teile die jetzt hier noch zu verbauen sind auch hier noch mal und ja so sieht es mittlerweile aus unser las vegas da steht schon eine ganze menge das pfingst der tower die freeman street und das encore oder wie es heißt encore adwin ja das steht auch schon da das war eine fummelige aufbauerei aber erzähle ich nachher noch mal ihr seht hier fehlt noch das bellagio hotel und das las vegas sein und die werden jetzt hier noch auf den nächsten seiten gebaut wie gesagt 79 dort bin ich gerade das heißt wir haben noch 20 seiten zum bauen und dann schauen wir uns wie war las vegas einmal ganz genau an und da wären wir fertig ich schwenke noch mal kurz um das hier sind alle teile die übrig geblieben sind ihr seht eine menge kleinkram kleine fliesen und so ein kram ist also alles für hier in die ersatzteil kiste rein und dort steht jetzt unser las vegas architecture set und wir gehen jetzt mal hier ein bisschen näher ran und schauen uns das ganze an und wir starten hier mal ganz am rand ich gehe mal noch näher ran dort seht ihr das las vegas fabulous also welcome to fabulous las vegas sein das berühmte schild ein kleiner aufdruck auf einer einmal zweier fliese transparent sehr schöner sauberer aufdruck oben drüber so ein kleines blümchen dass dort diese verzierungen noch mal wieder gibt sieht nett aus gehen wir mal eine ecke weiter dort sehen wir das weltbekannte bellagio hotel mit den wasserspielen und da war ich auch gewesen ich blende euch das hier mal ein die wasserspiele die waren schon echt cool da lief die musik hier wie war las vegas von elvis presley dazu und es ein riesen klotz ich gehe mal hier mit euch nach oben da seht ihr dann auch wie dort die form aufgegriffen wurde denn das ist so ein bisschen gebogen und da geht noch so der mittelflügel nach hinten weg also sehr schön gemacht aber das bauen ist schon ein bisschen anstrengend weil man hier ja ganz viele einzelne elemente baut 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 das ist also sehr sehr wiederholend aber was da dran noch echt cool ist ich drehe es mal um die art und weise wie die hier befestigt wurden da sind eben diese stangen und da wurden hier die einzelnen abschnitte so reingeklippt und damit hat das dann seine stabilität bekommen und eben auch die form dass man die so drehen konnte also es ist schön gemacht das muss man ganz deutlich sagen also hier einmal das bellagio hotel mit den wasserspielen direkt neben dran sehen wir das luxor hotel vorne dran mit der sphinx und das ist eben hier ja dieser diese pyramide wo oben dieser extrem starke lichtstrahl rauskommt auch da habe ich davor gestanden und dachte das sieht einfach krass aus sieht richtig krass aus dieser strahl wird man gern wissen wie viel energie da verblasen wird leider ist der lichtstrahl hier oben in der spitze nicht angedeutet worden sondern die ist einfach ja komplett in schwarz hat man vielleicht noch ein kleines transparentes endstück draufsetzen können ansonsten ja wir haben hier noch unsere sphinx allerdings wie schon vorher gesagt ohne gesicht und dann ist die hier auch schön angedeutet mit einer säule vorne dran sieht schön aus da kann man direkt erkennen was das sein soll und hier muss ich noch mal raus zoomen das nächste ist das encore at the wind also auch ein schönes hotel dass ich hier im wunderbaren sonnenuntergang fotografieren konnte und ja da ist auch die besonderheit das ist so geschwungen und das haben sie eben auch aufgegriffen dadurch dass man es etwas hier biegen konnte und da diesen schwung hin bekommt und dann hier vorne noch ganz schön die grünen anlagen die angedeutet wurden und ja hier bin ich mir jetzt nicht so sicher was dieses kleine element hier darstellen soll ich weiß es ehrlich gesagt nicht so auf anhieb auf jeden fall es scheint irgendwie dazu zu gehören also das ist das encore at win und dann haben wir noch hier den stratosphere tower das ist moment da könnt ihr sehen also den großen aussichtspunkt den aus die aussichtsplattform auf die man auch hochfahren konnte ich glaube um hier auf die aussichtsplattform hochzukommen 25 oder 30 dollar hätte das ganze gekostet hier ist noch mal eine bautechnik ganz klar zu erwähnen wie hier diese bögen geschaffen wurden dass die eben hier so in die mitte rein verlaufen denn das sind hier ja ich sage mal so gummibögen ja die kann man hier sehen ich kann den hier so ein bisschen auseinanderbiegen dann steht da hier so nach außen und wenn man den eben gummihaft so hier in die mitte rein macht dann hält er dann durch die spannung die hier drauf ist daneben in dieser nach innen gewölbten form und somit bekommt man auch den look dann hin hier noch mal ganz kurz das original zum vergleich also da bekommt man dann eben diesen speziellen look hin ja das schön gemacht passt und last but not least kommt hier noch die freeman street experience das war ganz interessant ich wollte dort eigentlich nur einen toy shop gehen habe mir den raus gesucht und dann sind wir hier in der freeman street gelandet das ist ja die mit dieser led überdachung und da kann man an seilen da entlang brausen und da ist eine ganze menge los straßen künstler und 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 das ist ja quasi der klassische las vegas trip wenn ich das richtig verstanden habe wo früher dann eben ja die ganze action war das haben sie überdacht alles mit leds vollgeknallt und da kann man jetzt eben durch die freeman street durchgehen und ja das ist natürlich hier ein bisschen schwierig zu sehen die leds oben an der decke wurden hier mit den bunten steinchen angedeutet ja ist nett wenn man weiß was es ist dann kann man das gut erkennen so und das ist es leute das ist ja das lego architecture set las vegas hat spaß gemacht zu bauen dauert nicht allzu lange viele kleine teile man kann hier die wahrzeichen schön erkennen und kann man machen vor allem wenn man schon mal da war als erinnerung ist das eine sehr feine sache ich bedanke mich fürs zusehen freunde sage tschüss bis zum nächsten mal denn dann baue ich vielleicht noch ein architecture set denn wir waren auch in san francisco und auch das gibt es als architecture set muss man kurz schauen wo haben wir es denn sydney eiffelturm doch hier ist es jetzt gar nicht drin auf jeden fall san francisco gibt es da auch noch habe ich auch noch hier irgendwo rumliegen kommt demnächst mit sicherheit auch noch mal das passende aufbau video ich hoffe euch hat es gefallen und ich sage tschüss bis zum nächsten mal macht's gut